Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 5. Ich würde sagen wir machen mal direkt hier weiter. Und zwar beim Simnen würde ich vorschlagen. Da wird man schon ganz schön mit Steuer und Tod geschlagen am Anfang muss ich sagen. Also ich meine ich kann hier sowieso größtenteils, ein paar Sachen habe ich wahrscheinlich mittlerweile vergessen. Aber das Spiel überfordert einen schon so theoretisch ein bisschen, glaube ich. Wenn man vorher noch keine GTA-Teile gespielt hat. Das kennt man ja wenigstens schon mal die Basics. Ist jetzt irgendwie zu. Müssen wir jetzt vorne rum diesmal. Hier ist auch zu. Ah ok. Ich weiß nicht, dass ich ein Atom bin. Was? Nein. Was bist du? Was bist so? Entschuldigung. Warte. Das Junge. Ich bin sein Mentor. Ich bin so stolz von dir. Was bedeutet ein Mentor? Ich bin so stolz von dir. Okay, so was hast du für ihn? James DeSanta. Ein Kind. Er ist schon später in seinen Paymenten. Und ich habe diese schlechte Gefühl, dass er mehr Schmerz zu dem Auto als wir können zurückkommen von ihm in den Interest- und Interest-Paymenten. Huh? Just go and get it. The house is on, ehm, ehm, Hamstead of Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills Daddy's Boy Nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, eh? Gotcha. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in, ehm, a law school, eh? So, Mr. Kenneth, where we at... Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ich hole ihn hier grad mit. Kein Bock, jetzt wieder zurückzulaufen zu unserem Auto. Dann fahren wir mal dahin. Und vom DeSanta über den wir uns keine Sorgen machen müssen, das Auto zurück. Aber wenn die so viel Geld haben, müsste er auch eigentlich seinen Raten bezahlen können. Da ist mein Hund. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the money. This means... Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man is never easy with you, he is a Simi. Do not talk to me about easy, you thief. Lama, so you're just like a Vixer. Lama, so you're just like a Vixer. Lama, so you're just like a Vixer. Die Schuhe sind viel zu laut, um zu schleichen. Okay. Uh, hallo. Bewegt der sich jetzt nochmal? Die Garage ist abgesperrt, wie er gesagt hat. Ich kann mich noch so grob an alle Missionen erinnern, aber halt auch wirklich nur noch so grob. Kommt dann so langsam wieder, wenn man's macht. Die Schuhe sind ja. Jäger sind ja. Ja! Die Schuhe sind ja. Jäger sind ja. Ich werde deinen Scheiß abholen, wenn du den Registrier bezeichnest. Hey, ich bin der Registrier. Danke, Coach. Du bist ein realer Pro, Frau DeSanta, ein realer Pro. Du bist ein großartiger Student. Jetzt lösen die Hände ab. Okay, so? Ja, lösen sie ab. Da geht's. Und folgen durch. Perfekt. Oh, okay. Ich werde es bekommen. Gute Beherrschung haben. Als Trainer. Okay, Amanda. Jetzt folgen durch. Okay. 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 Ich habe eine Runde, Mann. Ich komme zurück. Ja, wenn du die Reposzession zu mir hast, ich kann es zurück nach der Straße, bevor der Tag ist fertig. Das ist ein 9mm semi-automatik, gestern gegen deine Hände. All right. Schau mal. Schau mal. Wir gehen einfach an, wo du gehen kannst. Hey, komm mal, Mann. Das war ein Repo-job. Der Mann war behind auf der fucking Note. Das ist nicht möglich, als ich mein Sohn habe gerade den Auto. Und schau mal auf die Art, wie du gehtst, das? Ich denke, du arbeitest mit einer Kredite. Eine Kredite? Sei ernst, Mann. Ich arbeite einfach mit der fucking Repo. Ich versuche einen Mann, der folgt die ordnungen, ohne die Verantwortung zu nehmen. Ja, vielleicht ein Tag, wir haben eine Bier, und ich werde erklären, wie der Welt wirklich funktioniert. Wer gibt dir die Schlange? Ein Auto-dealer, doll, mit dem Namen Simeon Yatarian. Ja, ja. So, dieser Geschäftmann, sieht er legit zu dir? Schau, Mann. Es ist nur zwischen ihm und dein fucking Sohn. Und keine Angst. Ich und Mr. Yatarian, wir arbeiten das aus. Guter Rieser. Okay. Stop das Auto. Halt ihn. Ist das das Ort? Ja, das ist das Ort, Mann. Oh. Das heißt, ich versuche zu einem durch die fuckinge Winde. Und schnell! Oder ich werde zwei Rönden auf derinste Gesicht, und mache das selbst. Mann, du kannst nicht bei dir für real. Ich sehe zu einem fuckingen Joke. Mann, fuckuele Leben, Mann! Fuckuele Leben, Mann! Fuckuele! Let's go! Pravor zu einem zu. I-Motog. Da ist eine E-Motog. Oh. Ich spiele gar keine Ego-Perspektive mehr. Aber während dem Kampf kann ich jetzt nicht gut umschalten. Ich habe seine Signaturen. Ja, sie hat einen Punkt, dass sie einen Punk in meinem Haus verletzt. Ich dachte... Das Kind vielleicht ist ein verdammt Idiot. Aber du bist ein schade, schade, schade. Keine Ahnung, ich muss hier zurückkommen. Langsam, da kommst du nicht ran, keine Ahnung was es ist und Nickerchen im grün, das war wahrscheinlich für den Gärtner, wenn man ihn ausschaltet. Okay wir können zwischen Franklin und Michael jetzt wechseln. Kann ich mir eigentlich nicht eher einfach das Auto noch mal mitholen. Schlagringe sind jetzt auf Lager bei Immunations, sehr gut. Was will man mehr? Michael du hast diesen Platz gekauft und ich benutze ihn nie, ich habe Schlägerhaltung und Ballkontrolle, ich fahre besser. Der Trainer nimmt mich sehr hart ran, XX, sehr hart, sehr gut, freut mich wenn der Trainer dich sehr hart ran nimmt. Ach das ist das Auto schwerfällig. Eigentlich hat man in dem Spiel hier deutlich weniger Möglichkeiten als bei GTA San Andreas, so Busfahrten und so weiter. Aber in dem Sinne jetzt meine ich, kann man hier alles ja nicht wirklich machen. Das Auto ist so schwerfällig, ich habe bisher ein anderes Tod mitgenommen. Fuck. Dafür nimmt er Laternen mit wie nix. Ich muss noch eine weiter. Also es gab mal eine Zeit, da hätte ich die Map hier in und auswendig gekannt, aber mittlerweile bin ich da ein bisschen schwach. Oh guck mal, das ist Franklins Auto noch. So. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Schlaf im Bett und deinen Spielstand zu speichern, alles wie gehabt. Kann ich das überspringen? Jawohl. Und das ist Michaels Auto. Und das ist Michaels nächste Mission. Tja, wie gehts dich schrecklich? Und ich spasse dich Oh, my God! Oh, my God, you're a great day! Keep your mouth shut! You is not your bitch, not just! And you watch your language! I'm gonna call your father, and you're gonna get your ass kicked. I swear to God, you killed him! You know, it's nothing I wish I ever had! You can tell everyone I'm a dumb disgrace Drag my name all over the place I don't care anymore You can tell everybody about to stay out of me You won't catch me behind Cause I just can't win Don't care anymore What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? I don't know. You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you wanna call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe, if you're lucky, you'll become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm, so what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80's movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. Who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You were a good time, you know that. I'll tell you what. The least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. Let's take Amanda's car. Hey, Jim. I'm going for a drink where- Shit. I'm in our boat going down the western highway. It's- It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I-I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! Alright, I'm coming. For my boat. Alrighty then. Change of plans. My daughter and boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Deswegen holen wir Roman das Car. Okay. I see, I see. Ich weiß jetzt noch mal, welche Mission das ist. Da ist immer noch Franklin's Auto. Ich weiß jetzt noch mal, welche die bauten sind. ... und die nicht. Die Räte werden sich nicht in derckt in der Bälle sind. Die Räte, die sind so versätig. Ja, aber... ... du bist... ... ich war eine Beine. Du bist dran. Ich weiß nicht. Ich weiß das so... ... und selbst-doppelanzieren. Ich weiß es gut. Ja, Mann, aber... ... dass die Bauten ist? Die kleine Bauten ist vergesinm. Ich bin irgendwo an der Bauten. Ja, woanders nicht? Ich bin von meiner Bauten. Ja, woanders nicht? Aber du kannst immer noch ein Boot kaufen. Ja, erzähl mein Accountantin das. Man, du kannst immer noch ein Kredite für ihn. Aber hast du es gekommen? Nein, danke. Alles klar. Ich bin dein Freund. Ich bin jemanden, du willst du impressierst. Wirklich? Man, ich dachte, dass du dich verletzt hast. Warum würde ich immer noch ein Slipperwaren empfehlen? Weil ich noch ein paar Dinge kann dir teachieren. Vielleicht kannst du dir öffnen die Tür zu all den Joys das Boot-related parentischen Problemen enthält. Ja. Ja. Wäre besser Franklin gefahren. Ja, Franklins. Spezialfähigkeit. Irgendwie ist da extrem viel Verkehr gerade. Ich habe die Mission schon öfter gemacht. Aber so viel war doch da los. Alter. Schalt jetzt nicht auf die Kinokamera um, sonst kann ich dich nicht mehr fahren. Oder? Ja. Nein. Oh Gott. Ist ja voll Katastrophe. Schau ihn aus. Schau ihn aus meinem Schiff. Schau ihn aus meinem Schiff. Schau den Motorrad. Schau ihn aus. Schau ihn aus. Schau ihn aus. Hey, stopp' ihn aus. Es regnet ein Wichser an. Was ist er denn? Ja, du hast ein paar sind sie denn. Okay. Ich muss erschießen. Wie viel sind denn da drauf? Du bist der Typ aus dem Dealer-Ship? Ja. Und das ist eine lange Geschichte, Bro. Jimmy! Oh, Scheiße! Schau ihn aus. 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 Dann will ich einfach wieder reinziehen. Oh, Scheiße. Ich will nicht sterben. Schau ihn aus. Schau ihn aus. Schau ihn aus. Schau ihn aus. Was ist denn los mit dir, Kind? Dad. Du bist nicht, du kleine Scheiße. Du besser hope sie still seaworthy. Ah! Crap! Schau ihn aus. Fuck, kid. Shit. 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 Come on, kid. Come on, kid. Hey! Get me off this damn thing! I ain't nothing from here, man! Get close! Hey, closer, man! Closer! For fuck's sake! Is that everyone? Alright! Time to get the boat back! Oh, du auch nicht. Well, that doesn't sound good! Hey, that's the engine, man! We ain't chasing shit in this thing! Come on! Stay with me! Stay with me! Ah! My fucking boat! Hey! It's just a thing! You drive us there? We can get the ride fit! Den Sohn will man überhaupt nicht, der einfach dein Boot verkaufte. My boat. It's just a thing! My boat. Please stop doing that! Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, dad. I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat! No, not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's hardly your fault. I mean, I just want to impress you by selling my boat to some gangbangers. I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, did you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough! All right? Enough! Hey, Franklin, can you call me a cab? Sure thing, man. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thanks, man. Hey, you gotta look out, dog. Hey, so you, uh, do months yachting? Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have any other people to go with. You know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I'd come down to the marina, sit on the dot, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. Hey, clear my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fear your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Yeah, sure. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. This ain't how? He gonna look after me. How? All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. All right. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay. I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. They dropped it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You're gonna get your hair right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. If you stop back out to the house, we'll talk. You see? The show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Welcome to Alessandro's Customs. Fahr rein, um dein Fahrzeug zu reparieren, zu modifizieren und umzulackieren. Passe deinem Fahrzeug eine neue Lackierung, um die Bullen loszuwerden. Ein Übermachtssensende Kupi. Ich denke, damit weiß ich's auch einfach. Das Auto interessiert mich jetzt nicht groß. Das ist ja nicht unser Auto so direkt. Also haben wir eh kein Geld. Und schon nochmal ein Krab war drin und ein großer Kratzer drin. Was macht er? Look, man. Wenn er dich nicht erzählen, ich werde dich nicht erzählen. Aber ich habe verloren, und ich dachte, dass er vielleicht kann mir helfen finden. Ich denke, mein Vater ist aufgeregt. Wie, voll. Wie, seine einzige Anerkennung ist, zu sehen TV und zu spüren. Mann, ich weiß nicht, homie. Er scheint mir gut zu mir. Schade, er hat mir gewonnen. Du hast mir gewonnen. Du hast mir gewonnen. Nein, nein, Mann. Vielleicht sind wir gut zusammen. Vielleicht können wir das machen. Vielleicht können wir das machen. Wir können nicht selber machen. Wenn er ihn aus der Haus ist, ist das cool. Ja, wir sehen. Ich bin froh, mein Vater hat dein Job verloren. Es ist schwer da da. Es ist schwer. Es ist schwer. Ich meine, ich bin in der Zeit geplant. Oh, du hast einen Feuer, Mann. Hey! Das ist schwer. Nicht Feuer, als auch. Ich habe keinen Job. Ich bin da, homie. Du hast deine Räumat. Aber niemand ist erinnern. Nein, ich habe keinen Job. Ich habe nie einen Job. Es fühlt sich schwer. Es ist schwer. Als das ist. Die Dänen ist, einfach zu verhören. Hey! Du hast ein Wagen zu schlauchten? Du hast das gespielt? Nein. Nein, nein, nicht seit der ersten CUP. Nein, nein. Nein, nein. 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 We play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on dude, I get real crazy. Yeah, I got your number shit, I need it, man. But, uh, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, alright? Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Komisch, die ganze Zeit war Franklins Auto da, jetzt ist weg. Gehen dann. Ähm, gut. Schneider fangen. Nicht einen Kratzer, werde ich wahrscheinlich nie hinkriegen. Yo, F. Hab dich bei Life & Vader eingeladen. Nimm an, wir können abhängen. Kannst mich jederzeit anrufen, Bruder. Jederzeit, dann hauen wir auf die Kacke. Bis dann, Tschüss. Hey, look, man. Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken a bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. Ich fahr jetzt mal dann zum Fragezeichen, weil sonst weiß ich im Moment gerade nicht so genau, was ich überhaupt machen soll. Alter, schon gesehen, dass dieser Weltraum auf den Straßenkünstlern der ganzen Stadt veranstaltet hat. Abgefahrenes Zeug. Mann, echt heftiges Zeug. Jetzt bin ich zu weit gefahren. Ich bin auch nicht mehr ganz sicher, wie ich da fahren muss. Wie viel schreiben da? Hey, du misslauniger Wichser. Ich geb dir den Bagger, den wir geklaut haben. Steht bei Tanjins Hütte. Ich mach mir mal einen Wegpunkt am besten. So falsch war das gar nicht mehr. Okay, Gott sei Dank. Wenigstens etwas, was ich noch auf die Kette krieg. Ich mach einfach mal Fragezeichen hier. Sonst haben wir aktuell nicht wirklich was. Ja, ja bin ich. Ja, ja bin ich. Ja, ja bin ich. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ja, ja, was ich. JB, look, JB wird alles verloren. Er wird die Haus, die Unternehmen, die Unternehmen, alles. Und du, dein Freund, nirg, du sagst, du sagst, du warst. Er ist mein Freund. Whatever, wenn du das so fühlst. Was ich weiß, was ich über Touring Cars? Look, es ist einfach. Wenn JB kann es, du kannst es für fuck's sake. Komm, ich werde dir zeigen. Komm, komm, komm. All right, dann. Shit, 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 everything. Entschuldige, ich will einen Cut machen, aber egal, ich habe es vergessen. Okay, ich glaube, wir müssen verharren. Entschuldige, es wird so nichts. Ja, ist gut, ich hole mein Auto. Komm, Machina, ich wollte hier einen Cut machen, die Folge wird zu lang. Ich hoffe, ich kriege davon auch was. Ah, da bewegt ein Arsch. Ja, das ist ein Arsch, das ist ein Arsch. Uh, copy that. Hi, Tonya. Car the Junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tonya, what the fuck happened to you? So, holen wir mal das herrenlose Auto. Die herrenlose Schrottkiste. Der hätte mir halt nicht in den Weg fahren sollen. Ist doch ganz einfach. Okay, I've seen JB do this a hundred times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Uh, okay. Um, also. Aye, baby. Back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Und was macht man mit den Autos, die nicht abgeholt werden? Also, wenn man kein Auto dran hat, kann man den Kran immer bewegen. Wenn man ein Auto dran hat, kann man den nur bewegen, wenn man steht. Ist auch eben so merkwürdig. Bezweifelt, dass das ein echt so ist. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changes. You're the one all turfed up. JB's smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Because I could have sworn it was me out here, towing cars for here. And looking damn fine doing it too, baby. Oh. Okay. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Also, wir parken die Dinger, weil wir nicht parken. Geld. Braurig. Gold. Abkoppelbonus, Missionszeit, perfekt. Und unser Auto wurde in der Zeit auch geparkt. Sehr schön. So, dann jetzt aber der Cut. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ciao.